Musik Und hier die Nachrichten für den Burgenlandkreis für Dienstag, 7. April. Eintausender Marke überschritten. 1014 Personen haben sich im Land Sachsen-Anhalt mit dem Coronavirus infiziert. Teilt heute um 10.30 Uhr das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration mit. Das sind 25 mehr als gestern Abend. Mittlerweile sind allerdings auch 15 Personen am Virus verstorben. Das sind im Vergleich zu gestern drei weitere Todesfälle. Im Burgenlandkreis sind aktuell 47 Menschen als mit Covid-19 infiziert gemeldet. Das ist einer mehr als gestern Abend. Insgesamt werden nun 113 Personen in Krankenhäusern von Sachsen-Anhalt behandelt. Neue Servicenummer geschaltet. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt schaltet nun eine zusätzliche Servicenummer für Fragen zur Corona-Soforthilfe. Unter der Telefonnummer 0391 55 74 97 96 werden Anfragen von Unternehmerinnen und Unternehmern zur Corona-Soforthilfe Sachsen-Anhalt Zukunft entgegengenommen. Die Landesregierung Sachsen-Anhalt informiert zur Corona-Krise ab sofort auch digital über die Messenger-Dienste Notify und Telegram. Bürgerinnen und Bürger erhalten so wichtige Informationen schnell, sicher und direkt auf ihr Handy. Beide Messenger-Dienste sind kostenlos und konform mit der Datenschutz-Grundverordnung. Mit Notify konnte zudem ein deutscher Partner eingebunden werden. Wer sich über die Messenger-Systeme informieren lassen will, lädt sich kostenlos die jeweilige App herunter. Bei Notify braucht weder ein Benutzername noch eine Telefonnummer angegeben werden, um sich für den Dienst anzumelden. Weitere Informationen zum Messenger-Dienst bietet das Landesportal unter sachsen-anhalt.de. Und hier Polizeimeldungen aus dem Burgenlandkreis vom 6. April. Sachbeschädigung. Unbekannte haben über das vergangene Wochenende einen Bauwagen in Zeitz beschädigt. Der oder die Täter zerstörten an dem in der Albrechtstraße abgestellten Wagen ein Fenster. Diesel abgezapft. Im Zeitraum vom letzten Freitag bis Montagmorgen haben Dieseldiebe bei Groß Pörten zugeschlagen. Aus einer Baumaschine, welche an der Kreisstraße 2217 abgestellt war, wurden ca. 150 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Einbruch gescheitert. Mit einem Pflasterstein wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Getränkemarkt in der Weißenfelser Beuditzstraße einbrechen. Der oder die Täter versuchten mit dem Stein die gläserne Eingangstür zu überwinden. Diese hielt der Gewalteinwirkung stand. Der oder die Täter zogen ohne Beute davon. Einbruch Gartenlokal. Am Montagmorgen sind unbekannte Einbrecher in ein Gartenlokal in der Zeitzer Straße in Weißenfels eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster stiegen der oder die Täter ins Tatobjekt ein und brachen mehrere Spielautomaten auf. Zum Diebesgut bzw. zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Unfallflucht. Die Fahrerin eines VW parkte am Montagmittag ihren Wagen in der Freiburger Oberstraße. Als diese nach kurzer Zeit wieder zum Abstellort kam, stellte sie einen Unfallschaden am Auto fest. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Diebstahl angezeigt. Aus dem unverschlossenen Schuppen eines Schrebergartens in Kainah haben Diebe einen Rasenmäher entwendet. Der Eigentümer hat die Tat am Wochenende bemerkt und am Montagmorgen bei der Polizei angezeigt. Kreisverwaltung telefonisch erreichbar. Wer Rat und Unterstützung benötigt, soll diese auch bekommen. Deshalb sind die Kolleginnen und Kollegen des Bürgertelefons und des Beratungstelefons für wirtschaftliche Fragen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr sowie am Wochenende zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch erreichbar. Natürlich auch per E-Mail unter bürgertelefon.blk.de oder wirtschaftsamt.blk.de Die Bürgertelefone erreichen Sie unter Das Telefon für wirtschaftliche Fragen unter 4 Fieberambulanzen und ein Testmobil im Burgenlandkreis Der Burgenlandkreis hat in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt inzwischen vier sogenannte Fieberambulanzen in Betrieb. Zusätzlich kommt im Kreisgebiet ein Testmobil, in welchen Tests auf Corona durchgeführt werden, zum Einsatz. Eine Testung kann nur nach Überweisung durch einen Hausarzt in Anspruch genommen werden. Ziel ist es, dass Personen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion gesondert getestet werden können. Die Einwohner sind dazu aufgefordert, dass sie bei grippeähnlichen Symptomen nicht die Praxis ihres Hausarztes aufsuchen, sondern ihre Beschwerden zunächst telefonisch beim Hausarzt melden. Eine Testung erfolgt nach ärztlicher Zuweisung in den entsprechenden Fieberambulanzen in Naumburg, Weißenfels und Zeitz. Das Testmobil des Gesundheitsamtes wurde geschaffen, um im Kreisgebiet Testungen auch im häuslichen Umfeld vornehmen zu können. Die Standorte der Fieberambulanzen finden Sie auf der Homepage des Burgenlandkreises unter burgenlandkreis.de der Bühne der Fieberabulanzen in leader wuhh Untertitelung des ZDF für funk, 2017